hier kohle dabei weil wer war denn das hier seid ihr bescheuert alter ja toll ich muss ja nicht dass ich diesen scheiß heli fliege egal dann bleiben wir jetzt hier hier ist richtig kacke drückt euch platten ne kommt wir gehen hier rüber auf die ecke von dem haus das missionsziel lautet das kopfgeld ziel auszuschalten das ist hier ist scheiß wenn die zone kommt weil wir uns egal wohin nach oben kämpfen müssen und springen von hier rüber das ist nicht ganz so schlimm so wer braucht jetzt noch platten hat noch ich hab nur noch zwei nachdem sway sway versucht hat mich umzubringen ja ich wusste wie sagt nicht dass ich den fliege also hier wäre noch ein bubble auftrag übrigens gewesen aber naja naja da drüben ist kopfgeld kommt hier runter nehme neue position ein wo runter hier unten bei mir oben ich hab noch eine drohne ich hab noch eine drohne schmeiß sie schon mal an wo die drohne ist in der luft wo die drohnen fahren wo der Weg also die holen wir uns da hoch ich bin dran wir holen die aufs blau jetzt ja bis den feindlichen verfolgern entkommen gute arbeit neue position rechts landet gerade also ich bin schon jeden weiter hoch vor mir auf einmal jetzt komme ich hier wahrscheinlich wieder nicht hoch das bescheuert ich hab den wegen diesem scheiß ping gar nicht gesehen wenn du vorher musst du auf jungs ich habe gerade drei genockt auf einmal und eingestellt habt ihr diese meisterleistung gehört von mir da sind die die wir eigentlich holen wollten noch einmal genockt da laufen sie weg da da wieder zwei genockt da drüben mann alter ich krieg sie nicht gekillt was ist denn das für eine scheiße da sind keine ahnung gefühlt 100 mann drin so noch einen gekillt aus dem team da oben im haus noch einen gekillt auch von links das ist von links wo denn schweckl ja das gas weichert sich aus sicherheitszone verlegt da oben im haus da oben im haus ist genockt das war weniger als zehn feine übrig das war weniger als zehn feine übrig Achtung aus orange schneitern wir da oben im haus ja den oben hatte ich auch noch aber die haben sich wieder geholt ich habe keinen kill gekriegt ja die müssen jetzt eh raus wer ist immer noch da oben ja die müssen sich da die hängen da so drinnen fest alter aber die zone kommt ja mal näher ne ja die müssen ja da raus und einer hustet hier ja mato ok oh hier ist der links dran am auto pass auf c4 sorry pass auf links oh ja die schmeißen raus ja die kommen raus einer ist hier einer kommt raus einer kommt raus sauber einen hab ich er ist hinter dem häuschen hier sauber wuhu jawoll geil richtig abgekuckt zum schluss dicker die muss ich flippen hat er gerade alter gutes Sniperking ja wir haben zwar kassel in der Nacht eigentlich noch einmal hier hatte man hier mit Hilfe von dich selber haben mich noch für Marco wir haben ein Hilfe von dich wir haben ein Hilfe von dich wo 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 he wo All right.